Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Champions of Regnum. Ja, wir haben Level 35 erreicht. Jetzt bin ich gerade momentan ein bisschen am stecken, weil die Geister natürlich jetzt gerade zu machen sind. Jetzt ist gerade der Erdgeist dran hier. Und ja, also nicht so viele online. Also ja, ich möchte jetzt lieber nicht gerade die am Abhalten von der Warzone halten. Und deshalb gehen wir rüber. Leider neue Items habe ich eigentlich nicht gefunden. Immer ständig nur den Loot. Ich finde es ein bisschen doof, dass es so wenig gibt. Aber vor allem die Motivation von der Gilde, vom Plan und vom, ja einfach, dass wir z.B. quatschen oder telefonieren können, ist einfach wunderbar. Also erdete ja ein bisschen. Ja, Sozialität braucht im Game oder so. Kommt in unsere Gilde, da ist wirklich viel los. Wir sind hier auch in Birka, weil ich hier noch ausgeholfen habe beim Feuergeist, den ich fast nicht geschafft habe. Aber er war heftig mit Level 49 noch. Aber ja, Kollege Black Scorpion brauchte meine Unterstützung. Ich habe es ihm gegeben, auch wenn es knapp war. Ja, ja. So, leider geht es jetzt gerade noch nicht mit Shadowplay. Okay, das können wir gleich mal versuchen. Videobeweis. Das ist ein Videobeweis. Einschalten. Okay, mache ich ein zweites Video. Und hier ist die... ja. Hm. Ich schaue mir das nachher noch an, aber... ja. Ich habe wenigstens die Tastenkombination mal endlich gecheckt. Also, nachgeschaut. Naja. Gut. Also, Retno macht momentan extrem viel Spaß und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Jetzt tun wir erstmal zum Bindlaufen und versuchen mal einem Mitspieler zu folgen. Vielleicht führt er uns zu einer Gruppe, wo wir dann, ja, ein bisschen mithelfen können und ein paar Reichspunkte absahnen können. Hoffentlich. Ich glaube, in der Gede ist eigentlich noch kaum etwas los. Zombies sind los. Ja, diese Insel, wie ich ja gesagt habe im letzten Part am Anfang, ist aktiv. Aber immer, wenn das Donnen, also das Erbeben kommt und dann der Himmel rot ist, dann ist das Event aktiv. Gut. Merken wir das nächste Mal. Ich glaube, irgendwie so um 15, 16 Uhr ist das Event bei uns. Bei der mittel-europäischen Zeit. Und, ähm, werde ich mal dann auch mal schauen gehen, ob sich eine Aufnahme lohnt oder so. Ansonsten starte ich dann einfach mit Shadowplay mal ein Video an. Ist halt für mich auch noch ein bisschen neu, das Shadowplay. Ich habe es eigentlich nie genutzt, weil ich eigentlich nicht livestreamen wollte über das. Aber man kann ja mittlerweile oder eigentlich schon immer auch Videos machen. Ich hoffe auch ein bisschen flüssiger als OBS. Das ist eigentlich irgendwie schon recht schlecht. Es ist eigentlich, was die anderen Netzplayer und Live-Steamer benutzen, dass sie so gute Qualität haben. Und trotzdem flüssiges Bild immer. Ja. Und dann rucklen manchmal. Keine Ahnung, was da los ist. Und einfach, weil ich keine zweite Grafikkarte habe. Finde ich ein bisschen doof, dass man zwei braucht für eine Aufnahme oder für ein Live-Steam. Das ist völlig ein Humbug. Weil, ich habe ja vier Kerne. Ist das niemand von uns hier, hm? Hey, I'm useless. Ja, du bist wirklich useless. Er ist da. Brazes, brazes. Mal kurz aufwecken. Ah, da. Die sind nicht mehr AFK. Wieso spielen sie denn Regnum, wenn sie immer nur AFK sind? Ja. Schauen wir mal, dass wir da irgendwie Anschluss finden. Da geht jetzt nicht mehr raus. Bitte, bitte, bitte. Wo ist jetzt gerade das Fort in Trangis oder so? Es läuft einfach gar nichts. Einfach schau mal, Fort ist anders. Sonst sind eigentlich alle noch gleich. Schade. Hätte wirklich jetzt gerade auch Lust auf ein bisschen reich. Aber ja. Blanziager. Hm. Ich würde ja jetzt gerne starten. Aber scheinbar AFK ist lieb. Spannender. Ist spannender in Regnum AFK zu sein. Ja, dann passiert ja nie. Äterl. Bunkerjung. Also wir folgen jetzt mal der. Sonst passiert hier nichts. Ich habe nämlich Angst. Ich bin nur Level 49. Sonst ist nicht mehr 60. Oder der ist zum Beispiel so ungefähr Level 55. Aber. Wenn einfach nichts livet. Dann livet einfach nichts. Ich gucke gut um. Es könnte ja irgendwas gehen. So böse Jungs kommen. Die grün oder rot tragen. Ich könnte auch Angsthasen Let's Play machen. Aber lieber. Ähm. Agro. Äh. Kamikaze. Let's Play. Äh. Noch mit dem Baba. Es ist wirklich nichts los. Es ist jetzt 19 Uhr 30. Äh. 49 schon. Also bitte. Kommt mal online. Äh. Ich habe versucht heute GTA San Andreas wieder ein bisschen zu zocken als Ausgleich von GTA Online. aus einem Projekt. Aus einem Projekt. Was ja Action Adventure ist. Mach ich da gerne mein Projekt Action Adventure. Aber. Momentan finde ich auch kein anderes. Deshalb habe ich jetzt Grim dann auch angefangen. Und kommt sehr gut an. Dankeschön dafür. Einfach fürs dabei sein. Ein bisschen Video anschauen. Und ja. Also. Ich weiß jetzt nicht was die machen. Ähm. Könnt ihr mir gerne Bescheid sagen was ihr sehen wollt. Also Minecraft kommt jetzt das Projekt. Ja. Das muss ich ja kurz. Ähm. Tellocraft oder so heißt es. Irgendwie so etwas Ähnliches. Sorry wenn ich jetzt gerade das nicht auswendig kenne. Ich habe solche auch das erste Mal. Oder das zweite Mal gesehen. Ist ungefähr in einer Woche dann der Start. Und Hexid Updated möchte ich gerne wieder Let's Play. Das kommt heute Abend eventuell noch spät. Oder dann einfach morgen. Ja. Und äh. Außerdem habe ich ja eben viel Spaß mit Regnen und mit ähm. Ja. Last Epoch. Das kommt ja auch. Ist einfach so krass. Ja. Ich werde jetzt einfach mal die buffen wenn ich ein bisschen schneller wäre. Ja. Viel Spaß mit. Ein paar Leichen. Das sind nur ganz normale NPCs. Ihr müsst mir ein bisschen Reichspunkte geben. Was ist denn da? Ist doch nichts. Nur das Tor. Hm. Also vergleichen wir mal das Tor an eventuell. Geht ja was. Ja. Sieben Schaden. Sieben Schaden. Sieben Schaden. Sieben Schaden. Sieben Schaden. Da ist Kada. Chin. Okay. Alle haben irgendwie Engelsflügel oder so. Okay. Das ist Pandemie hier. Aua. Hm. Es läuft und läuft nicht. Ja. Dann okay. Nein. Nicht angreifen. Ich darf nicht angreifen. So. Gehen wir lieber weg. Aua. Nein. Nicht mich. Also ich bin Low Level. Äh. Ja. Dann stirb du. Haha. 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 Das kann mir nicht helfen. Ich habe jetzt halt gerade. Vielleicht Drohgebärden. Ähm. Mit Ebnis Caprile. Ja. Scheinbar sehr wenig. Ach komm. Ey. Nervt nicht. Ja. Es sind nicht sehr erfolgs. Die Kanschen. Schaden machen. Nix. Ja. Die greifen. Äh. Weißt du. Weißt du. Die NPCs greifen immer mich an. Ja. Da kann ich natürlich nicht vorne hin. Das sind einfach diese Türme. Die neuen. Also die sind ja neu. Und ähm. Ja. Also nicht neu. Vor einem Monat oder zwei sind die reingekommen. Und dann geht das. Ja. Dann geht das gleich bald. Ja. Wallach. Ja. Ja. Ich war schon. Ach. Da. Ich war schon. Da. Wenigstens kann ich sie retten. Sicher. Bleibt doch drinnen. Doppelklick sofort wieder raus. Ich weiß nicht, was die mit der Steuerung in Rechnung machen wollen. Die wollen irgendwie etwas trollen. Die Steuerung in Rechnung geht einfach manchmal gar nicht. Zum Beispiel, dass man plötzlich die Kamera bewegt, obwohl man die Maus gar nicht bewegt und so. Das sind einfach so Bugs. Ja, eigentlich nicht mal gewollt. Also richtige Bugs. Ah, okay, und es lädt bis... Es lädt einfach das Menü. Ja gut. Aber mit dem Buffen bekomme ich eigentlich gar keine Reichspunkte. Also die kennen ja auch nicht, oder? Nö. Ist halt so. Ah, gut. Dankeschön, liebes Spiel. Bis nett stößt der Römer ab. Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Ich bin doch rausgeflogen. Ich bin doch rausgeflogen. Eindeutig schlimme Probleme. Einfach mal ein bisschen mehr fürs Game machen, dann habt ihr weniger Probleme. Also spielen wir weiter mit der Hexen. Hexenmeisterin! Hexenmeisterin! Ja, ich muss halt warten, mache ich nochmal eine Aufnahme heute, wenn sowas los ist. Aber ich glaube eher, ich gehe jetzt dann zum Eingriff und mache dort nochmal eine Aufnahme. Ah ja genau, der Darle Stab müssen wir noch herstellen. Können wir das wieder abbrüchen? So, der Darle Stab und ja, Silberbaden mitnehmen. Ja, geht eigentlich relativ schnell, das Level 4, also ja, schon lange habe, weil nur 18. Ich müsste mal schauen, ob ich da beim Lager nochmal so ein paar Eisenbahnen bekomme. Spinhaxi. Das ist ein Deutscher. Das heißt, der ist ja nicht in der Gilde. Oh, die Brosses sind da. Brosses, genau Brosses. Ja. Dragos Baba, Kiasame. Es sind noch nicht so viele Hindu zugekommen, aber die Mitglieder sind sehr aktiv. Sieht hier auch, ja. Das ist gerade momentan nicht so viel online, aber... Ja, da sind schon recht viele online, aber die machen natürlich Innies. Zuerst mal Itemsformen. Aber das unterstützt natürlich Leute, die leveln überhaupt nicht. Also ich hätte schon gerne ein paar Mitspieler, die mir helfen beim Warzone leveln, aber ja, der Skorpion hat heute auch wieder nicht die Zeit. Er hat gestern recht viel gemacht. Aber da habe ich einfach keinen Bock gehabt, mit dem Barbar nicht zu helfen, weil ich da sowieso immer gestorben wäre. Ja, sie haben irgendwie Schanaritkessel angegriffen und dann noch die Mauer gemacht und da hätte ich natürlich null Chancen gehabt. Mal schauen, ob der Barbar ja gut levelt. Jetzt mit Level 49. Und sonst soll ich mit ihr lieber kämpfen. Bisschen aus der Entfernung. Naja, die Reichweite ist halt von den Stäben nur 30, glaube ich. Aber dafür haben wir noch einen Buff, der die Reichweite erhöht. Den habe ich noch nicht, es geht. Irgendwie Arcane Projektion oder so weiter. Also hier lässt sich momentan nichts machen. Also ich bekomme einfach die Eisenbahn, nicht von den weißen Gegnern. Weiß das einer, wie das geht? Wie bekommt man die Eisenbahn sonst übel? Also wie Eisenerze. Schade. Ja gut. Ich denke, ich mache einfach einen kürzeren Part. Und werde dann halt wieder ein Part starten. Wenn, ähm... Ja, wenn das ein bisschen mehr los ist hier. Irgendwo hier ist doch das Tor. Nein, die Klappe ist hier unten. Ich glaube, hier kann man sich runterklitschen. Nicht eich gehen. Ja. Sehr gut. So. Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Ja, einfach. Dass wir einfach runter um die Uhr online sind. Also ich freue mich. Einfach mal dazukommen, mich anschreiben und so weiter. Und... Ja, ich werde mich freuen. Also jeder, der aktiv wird, der hat natürlich bei mir immer einen extra Bonus. Und, ähm... Muss ich da auch wieder an Leute kommen, ne? Ja gut. Aber sie sind noch früh, also jetzt habe ich ja erst ein paar Parts gemacht. Wird schon gehen, ne? Okay, dann werde ich mal weiterquesten. Bis dann. Tschüss!